Ja, hey ho, ist man geneigt zu sagen, ist ja Weihnachten und ich dachte, viele haben irgendwie so Probleme immer mit Geschenken und Kram. Ich hau einfach mal ein paar Tipps raus, was ich so denke, dass momentan super Geschenkideen sind. Zum Beispiel Geschenkidee Nummer 1. Ist ja so, die meisten Leute haben schon alles und man denkt sich, was soll man denen nur schenken? Und man kann nachdenken, so viel man will, da fällt einem nichts ein. Dann habe ich den perfekten Tipp. Ihr besorgt euch eine Dose so und derart oder ein hübsches Schächtelchen, scheißegal. Und da legt ihr einen Zettel rein, da steht drauf, leg hier was rein, was du nicht mehr brauchst und ich entsorg das dann für dich. Und dann könnt ihr noch, ich schreibe dann immer FW Herzchen drunter, das heißt fröhliche Weihnachten. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich finde, das ist ein super zeitgemäßes Geschenk. Ja, und vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Ja, würde mich freuen. In diesem Sinne, Nerven behalten. Tschüss.